Herzlich Willkommen! Wer nur wartet und nichts tut, dem wird die Zukunft wie Wasser aus den Händen gleiten. Werden Sie vom Speaker zum Visionär mit Holopoint. Ich darf Ihnen eines der außergewöhnlichsten Präsentationsmodule für Ihre Online-Hybrid- und Live-Events vorstellen. Herzlich Willkommen zu Holopoint. Lassen Sie die Präsentation, die Keynotes Ihrer Speaker nicht einfach zur Fußnote verkommen. Ihre Inhalte gehören in den Vordergrund. Ihre Charts verlieren Sie jetzt nicht mehr aus dem Blick, denn sie befindet sich jetzt direkt vor Ihnen. Sie haben die Möglichkeit auf Teilbereiche Ihrer Charts einzugehen. Wir benötigen jediglich Ihre PowerPoint-Präsentation, die wir dann mit Ihnen holographisch umsetzen. Das ist Holopoint. Apropos Speaker, wie auch Ihre Teilnehmer, können natürlich Ihre Speaker überall auf der Welt sitzen. Es spielt keine Rolle, ob Sie in Wien, Melbourne, Sydney oder in Kingston sitzen. Das können wir Ihnen hier zeigen mit Holopoint. Und wie das Wetter in Kingston ist, das wird Ihnen unser digitaler Gast hier jetzt heute zeigen. Ich begrüße ganz herzlich den lieben Axel Hundlach. Hallo Axel. Schön, dass ich hier bei euch sein darf in eurer Online-Konferenz zur Demonstration des Holopoint. Ich habe auch eine kleine Grafik vorbereitet, um zu zeigen, dass man auch hier währenddessen live Graphic Recording machen kann. Die gelbe Linie seht ihr, wie sich die Aufmerksamkeit entwickelt bei normalen Konferenzen. Die rote Linie sind Online-Konferenzen. Und die hellblaue Linie, das ist Konferenz mit Holopoint. Vielen Dank. Auch da nicht für. Holopoint, eine Welt voller Möglichkeiten. Wir visualisieren Ihre Themen, wie zum Beispiel hier die vernetzte Welt oder auch die Nachhaltigkeit. Energie. Architektur. Architektur ist ein gutes Thema. Wie sieht denn die Stadt der Zukunft aus mit all Ihren Digitalisierungsmöglichkeiten? Zeigen Sie es. Oder haben Sie eine neue Transportlogistik entwickelt? Das sollten wir auch zeigen. Wir schaffen Ihnen mit Holopoint die Möglichkeiten und interagieren Sie damit. Wir bringen Ihre Informationen in die Köpfe Ihrer Teilnehmer. Durch eindrucksvolle Bilderwelten erzeugen wir Emotionen. Dadurch verankern wir Ihre Botschaft. Absolut richtig, Ralf. Es sind drei Dinge, die wir brauchen. Erstens Ihre Botschaften. Zweitens unsere Bilder. Und drittens die Gefühle Ihrer Teilnehmer. Und damit schalten wir alle Synapsen richtig. Bei einer Produktpräsentation ist es normalerweise so, dass man das Produkt anfassen kann. Bei einer Online-Präsentation geht das nicht. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Bilder für sich sprechen. Das alles bietet Ihnen Holopoint. Das nächste Thema 3D-Live-Visualisierung. Keine, wie soll ich sagen, statische Präsentation, sondern interaktive Präsentation. Und dazu haben wir hier meinen Partner Niko Hübner auf der Bühne. Er hat etwas vorbereitet zum Thema KI. Hallo. Ein kleines Video. Was jetzt erstmal läuft. Wie man ein Produkt visualisieren kann, erst einmal grundsätzlich. Ich sehe das Ganze auch schon natürlich hier auf dem Smart-Gerät mitlaufen. Ja. Live gestreamt. So. Und an dieser Stelle geht es jetzt darum, live letztendlich auf das Produkt einzuwirken. Ja, ich kann jetzt live das Objekt in der Präsentation in Echtzeit quasi manipulieren. Und das ist auch schon so ein Thema von Holopoint. Also was ist Holopoint eigentlich? Holopoint ist Präsentation, Information und Unterhaltung, interaktiv und erlebbar. Also wir haben schon vor zwei Jahren zusammen, wir machen ja schon seit einigen Jahren zusammen Holoshows. Ja. Und haben uns eigentlich schon vor zwei Jahren überlegt, wie könnte man denn jetzt so ein Erlebnis noch interaktiv machen. Und einfach noch mehr erlebbar, dass man als Publikum und eben auch auf der Bühne noch in das Erlebnis eintauchen kann. Und dann kamen wir eben auf die Idee, ein KI-gestütztes Präsentationstool zu schaffen und das ist Holopoint. Genau. Und nicht nur interaktiv. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Wir überlegen uns gerade auch mit der HoloLens etwas zu tun. Die HoloLens ist auch ein ganz spannendes Thema auch in der Medizin oder auch bei den Präsentationen. Zu dem Thema hast du bestimmt auch einiges zu sagen. Ja, also die HoloLens wäre jetzt zum Beispiel nochmal ein schönes Beispiel für die Interaktion auf der Bühne. Das Eintauchen, da könnte man mittels Mixed Reality, Augmented Reality auf der Bühne als Speaker oder Performer eben die Bilderwelten manipulieren und live erleben. Und das Publikum kann diesen Inhalt als Hologramm aufgespiegelt dann auf der Bühne sehen. Und er könnte eintauchen ins Produkt, wie jetzt hier. Genau. Sie sehen, ich stehe im Produkt und könnte jetzt, sagen wir mal, Teilbereiche von diesem Fahrzeug letztendlich dann einfach aufsprengen lassen zum Beispiel. Und das ist das Interaktive. Darüber hinaus auch 3D mit der Brille sind wir auch so weit, dass wir mittlerweile, wenn Sie live vor uns stehen bzw. Holopoint sehen, können wir mittlerweile, Sie haben eine Brille auf und wir können Ihnen den 3D-Content, in den Raum hinein projizieren. Das heißt, wie im Kino, das kennt man auch. Ja, an der Stelle jetzt geht es weiter. Und zwar, wir haben auch nicht nur Holopoint, sondern wir sind seit mehreren Jahren auf dem Markt und produzieren Hologramm-Shows, also Inhalte bei einer Konferenz, Inhalte auf ein Video und wir machen dazu eine Tanz-Performance. Unsere Choreografin, da muss ich hier an dieser Stelle sagen, hallo auf der anderen Seite, sie schaut zu. Das ist Sandra Dominik, ohne sie würde die Hologramm-Shows nicht so gestaltet sein. Da haben wir natürlich ein kleines Video vorbereitet. Schauen Sie es sich gerne an, dauert anderthalb Minuten das Electric Dance Theater. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.